heute für euch im test die tornado rakete von komet mit altem warenzeichen sprich schon etwas älter und somit auch leider eine rarität allein das design der rakete finde ich zeitlos schön auch mit dem grünen treiber hier ich habe sie bis jetzt einmal gezündet fand den effekt wirklich was besonderes deswegen habe ich mir direkt noch mal bestellt und dann würde ich sagen viel spaß bei der zündung so so Untertitelung des ZDF, 2020